so hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten ja genau schon das zweite mehr als das erste doch nur eins mehr let's play ich habe draw und ich gehe auch bot das heißt wir sind zwei range pot die werden keinen spaß haben mit uns geht es nicht um spaß in dem spiel geht es nicht um spaß ich habe das gefühl dass meine sort einstellung anders als sonst oh mein gott ich gehe schon mal also ich fliege ja er sucht die flieger maus fliegt mp du weißt was ich meinen nie die treu verpässt dich und die kohle und nun ist es ein bisschen frei dort erste schlecht 30 seconds to battle Wir haben doch ein paar Carries mit All Random bekommen und die Gegner haben 5 Carries bekommen mit All Random. Ich würd sagen uns ausschließlich. Oh mein Gott, das wird schön. Oh, die haben Racer, Slug, Lykan, DOO. Schau mit, fick dich, geh kacken. Troll bitte. Die Krieg beginnt. Ihr könnt mich allemal. Troll bitte. Wieso fragst du mich? Ich würd sagen, ich pull dann die Creeps, oder? Damit wir beide bisschen Farm kriegen, sonst lohnt es sich nicht. What? Na, ich pull dann die Creeps. Welche Creeps? Unsere Creeps in den Dschungel. Die machen dann die Creeps im Dschungel kaputt. Und dann krieg ich Geld und du kriegst Geld, weil du die Creeps auf der Lange kaputt machst. Ganz logisch. Ganz logisch. Hallo Sluggy. Hallo Sluggy. Wenn du ihn versuchst wegzuscheuchen, klick ihn nicht an, sonst greifen dich die Creeps automatisch an. Echt? Jetzt kann ich hier rumlaufen, die Creeps greifen mich nicht an. Und das sind zwei Nahkämpfe, die können wir gut weghalten. Aber ich mach eindeutig noch zu wenig Schaden. Wen haben wir hier noch sonst so? Bäh. Tusk. Ich hol mal die nächste Creepwave. Die nächste Creepwave. Die nächste Creepwave. Ah, die ganken mich. Ach quatsch. Da wollten sie mich ganken. Die Böse. Nein Creeps, ich war wieder zu spät. Ah ne, da hab ich perfekt. Geht auch. Wüsste ich's doch. Ich kann's noch. Ich will nicht mit dem Maulet auf den Weg. Ich bin wieder voll Profimäßig unterwegs. Sehr gut. Auf den Weg. Auf den Weg. Auf den Weg. Sehr gut. Auf den Weg. 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 Das hast du gesagt. Ich schab ja nur die Wahrheit gesagt. Na, mir habt intel. Ich soll immer die Wahrheit sagen. Dann sag jetzt allen, dass du Schwul bist. Sag das. Sag die Wahrheit. ich glaube ich wäre schwul wenn ich eine frau wäre das hat mich jetzt echt überwältigt so klare Worte Birds of Clarity Könnten item hier sein so eine Schriftrolle die dann alles schwul macht Prozent er geht und ziemlich wendig Trollworte Reden Spuren Erbekei Prozent dort bei uns weister Prozent 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 Einwillig auch noch Prozent 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 an Prozent Prozent Gold Prozent Das ist ja Wahnsinn. Also alles, aber so beleidigen muss ich jetzt auch nicht. Das macht man nicht. Norin, willst du was holen? Geldmäßig oder so? Hm? Geldmäßig? Willst du irgendwas kaufen? Weil ich habe keinen Kurier genommen, der geht jetzt zu mir. Jaja, ich habe einen Haufen im Lager. Einen Haufen hast du denn gesetzt? Das auch. Ich habe einen Haufen im Lager. Dann holen wir mal zurück. Wir schicken mal zurück. 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 Hat nicht mal genug Platz für meine ganzen iTunes. Alter, was hast du denn alles gekauft? Ja, alles. Ich habe den ganzen Shop aufgekauft. Ich habe nichts mehr. Was ist im Kauf raus? Hast du Schulden aufgenommen bei der Bank? Das macht man nicht. Ja. Ja, die hatten so eine tolle Ratenzahlung im Angebot. Ja, da habe ich halt zugeschlagen. Ich auch nicht. Ich habe ein Problem. Keine Gewalt. Wieso hat jetzt Husker den? Wen? Husker hat gerade den Kurier genommen. Wieso auch immer. Wieso auch immer. Diese Scheiß stehlen immer. Das kann doch eine Röse sein, der Typ. Geht mir dann so voll auf den Sack. Soll ich rein? Also jetzt auch meins wenigstens drinne? Ja. Ich bin gespannt, ob er mal in unsere Richtung findet, der Junge. Ah, jetzt. Razor fehlt. Ja, ja. Ich ball wieder nächste Runde. Geh dir mal ein bisschen entgegen. Du kannst ihn gleich nehmen. Ja, ja, mach ich auch. Jetzt. Oh, das wird ein schöner Pull. Oh, oh, oh. Oh, ja, sehr schön. Ja, du verpiss dich jetzt auf die Lane. Mein, mein Farm. Okay, okay. Chill, Mann. Chill. Oh, er ist so lastig. Zweiter? Oh, das wird was. Und? Oh, drei lastig. Im Busche bilden. Und jetzt stehst du meine, oder wie? Gemeinheit. Ja, ich bin weiß. Gefiesheit. Gefiesheit? Von mir aus können wir jetzt auch mal ein bisschen aggressiver. Denkste? So. Naja, das musst du machen. Rums. Ach Gott, Batrider hat ja diese doofe Ult. Doofe Ult? Ich finde die total geil. Hast du die Ult? Ich mag Züge. Ja, das. Du weißt, dass der totig... Ja. Mhm. Naja. Schau, Task ist fast gestorben an dem Molotow. Hast du? Oh, oh, Razor, Razor, Razor. Ja. Was machst du? Geh back. Ja. Echt jetzt? Und? Du hast dich jetzt echt da weggeportet, Leute? Ja. Warum? Ja, weil die dich gerade alle angegriffen haben. In dem Moment pottest du dich gerade weg. Bringst du was mit? Ja, von mir. Ich hab's rausgelegt. Okay. 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 Bei mir hat's aus Versehen das falsche Item zusammengebaut. Das war gerade ein bisschen nervig. Drei Leute sind Boat. Boat. Haha. Ohohoh. Boat. Boat. Your bottom tower is under attack. Agreed. Also wenn die uns versuchen zu ganken, renn ich weg nur damit du das schon mal weißt. Weil wir haben keine Chance gegen ihn. Aber irgendwie trauen die es sich nicht. So be it. Races Team ist gar nicht. Was? Ich hab da gar kein Item mitgenommen. Welches Item? Ach das Item? Ach Gott. Oh. Lol. Ist der schlecht. Ja, 3 Bot und bei uns sind 3 Top. Na gut. Eben das seine, wa? Der nächste den ich hier bekomme. Der ist schon fast tot. Lol. Lol. Deutsch ist ja fast tot. Ja ich weiß. Ah ja gut dann pushen zur Top ist gut. Ja. Jum. Irgendwie keine Ahnung. Log is glighdown. das ist klar darum warum gehen die nicht weg wenn die überhaupt kein leben ich kenne die jetzt von hinten who cares ja also TASK und Slug die sind unter 10% live Gott ich krieg mal haut drauf wo bist du wo bist du ich bin ganz weg alter aaaaah du bist ja nicht mehr mitgekommen du hast gesagt du gangst die von hinten alter er muss was sagen wenn ich mitkommen würden also es tut mir jetzt sehr leid das lag kommt von der Seite drauf jetzt ich habe mal weg können was bin ich Agilität jetzt mal ganz schleunigt ganz weg hier den 1 kill hole ich mir mit Spaces noch ja mit 90 Leben weggeportet, fick dich du nette ach so knapp, fuck aber der Turm hat ihn noch ne ich hab ihn noch eine Wixkop DT Hallo DT Hallo Das war jetzt knappe Wieso hat er sich jetzt umgedreht, er ist schnell weggekommen Your middle tower is under attack haben sie ein beast maus haben sie? NEIN ach ist wieder zu dritt aber du bist ja gleich da soll ich doch in den Dschungel gehen? kannst probieren ja lag natürlich deswegen hast du dich auch umgedreht weil es geleckt hat das ist immer der lag dieser böse lag so ein Pfeif hier ich bin tot deny mich, deny mich, deny mich, troll deny mich danke oh Gott, wie ist es das? lass mich verfolgen mich alle ja es kam halt kein misstop plötzlich schon dumm neben mir jetzt kommen alle halb tot weg ja genau jetzt kommen alle halb tot weg huska ist irgendwo ist nur level 7 obwohl ich jetzt schon zweimal verreckt bin und huska noch nie ist der ist level 7, alter naja jetzt kommen daher der huska was wolltest du gerade sagen? was greifen sie wieder an die leute hier natürlich jetzt back gehen ist ja logisch und jetzt werden sie gegankt also nicht warten deswegen bin ich jetzt hochgekommen ich würde mit den unten nichts mehr zu tun haben na die sind jetzt nicht mal down hier ja soll lykern Komm her, Razor komm her, Beifuss, okay die Ult ist doch ein bisschen geil aus wie ich meint hätte. Ja sag ich ja, du unterschätzt das immer. So Tower 1 weg, warte mal da kommt da eh keiner grad oben, dann mach ich noch einen. Na die sind gerade alle unten. Okay da war doch noch einer, das ist schlecht, das war dumm. Dumm geh grad junglen. Na, und wir zu pflücken die gerade wieder. Den kriegst du nicht mehr, nur Razor krieg dich, Beastmaster, wenns auch, wenns Bö läuft. Das ist eigentlich mal zum Secret Shop. Okay, jetzt sind sie wieder zu zweit, jetzt geh ich mal back hier, weil auch keiner mehr da ist von uns. Hey auf, da sind zwei Bot, drei Bot, drei Bot. Ich geh nicht Bot. Hier sogar. Drei, ne zwei. Sehr gut. Trosch kommt mit. Loll. Und dann hol ich's mir halt da, im Secret Shop. Ach kacke, das wird schlecht. Loll. Ja ne, bei dieser Geräusch dann sowas noch, ja. Nochmal halt. Das ist üblich, ja. Ne, Greifhorn. Ja, ich geh da jetzt nicht ran. For reasons known only to itself, the Radiant have slain Roshan. Glaubt die andere müssen gerade ein bisschen verzweifelt sein? Nicht nur ein bisschen, ganz doller Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. Glaubt die andere müssen gerade ein bisschen verzweifelt sein? Äh, nicht nur ein bisschen, ganz doller Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. es ist wir haben wir haben wir sind gegründet dort finden den nachbauen der will mann der sagt das wird schön jetzt wird man so gut Ich hab gar nichts Die Urne hat mir heute schon mehrmals das Leben gerettet Oh Gottchen Ich liebe dich zu informieren, dass deine Top-Tower unter Attacken ist Sehr gut Deine Top-Tower ist unter Attacken Ich bin auch ein bisschen am Einkaufen Was hoffe ich mir als nächstes? Ähm... Das wird sich gut Aber mal gucken wie viel ich vorhanden bekomme Stand and deliver As deep as forest shade Die wollen mich grad sehe ich Tja, blöd dass ich schon hier oben bin, ne? Achso, hier oben in der Mitte Um zu kämpfen Ja, da sollte aber vielleicht noch... Huska mitkommen Ah, die... Wollen die jetzt überhaupt dort... Pushen? Ahh... Ich hab keine Ahnung Ich auch keine Ahnung Na zu dritt gegen fünf wirds doch ein bisschen härter Ja, der geht schon mal voll rein. Vampismaster, du schaffst das. Solo. Also ich darf da nicht, wenn ich noch welche komme. Nee, nicht wirklich. Na, da ist noch einer. Komm, Luke, kann wir gehen. Oh, das war jetzt auch von ihnen wieder ein schöner Faden. Huskar, der Kielstieler. Alter. Ich habe 15 Assisters. Ich habe jetzt 4, 3, 6, 7. 15 Assisters. Können wir jetzt eigentlich noch hier oben durchpushen, dieser Rats? Ich hätte gedacht. Ja, das ist mal lustig. Das ist gegessen, wa? Hoffentlich. Auch Bad Rider schon, irgendwie. Sobald du mit dem Helden gewinnst, magst du den Helden und wenn du nicht ganz so gut mit dem Spießt, hast du ihn. So schaut's aus, und das ist die richtige Denkweise. Es lässt sich ein Muster erkennen. Es wird wahrscheinlich schon fast wieder weggehen. Das war mein Faden. Ah, Huskar hat's sogar mitbekommen. Der ist wohl auch im TS. Äh, 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 auch nicht bei uns. Wer jungelt bei uns? Ist der dumm? Hm? Na, guck mal. Der jungelt bei uns. Im Jungle. Du kannst bei uns? Ja. Mit so'n Affe. So was kann ich nicht dulden. Nee, das geht nicht. Ich besuche ihn mal. Bist du gar nicht da? Nee, ich hab grad eingekauft. Ich hatte zu viel Geld. Ah, dann kriegst du auch alleine. Hoffe ich. Ah, jetzt seid ihr eh zu zweit. Naja, dann... Ich hab Huskar-Stil jetzt nur den Kill wieder. Ich hätte ihn schon gekriegt alleine. Irgendwie hat jeder bei uns im Team diese blöde Ur-Nenner. Nee, ich nicht. Ja, jeder Wichtige im Team, meine ich, natürlich. Nein, ich hab nur meine Boots of Travel. Oh, I'm Travel. Oh, yeah. Pff, komm, Warlord. Off geht's. Bord mich gleich zu dir. Ah, wenn ihr mich braucht. Dann borde ich mich in die Mitte. Mach da weiter, wie ihr wisst. Naja, okay. Herrgott. Das ging halt schnell. Ich mag meinen Molotow-Kogte, der schwimmst so schön zurück. Ja, naja. Ich kann mir helfen, dass er nicht mehr so schnell lang greift. Herr, Colten? Ah. Oh. It's a rape. Pff. Ok. Wenn er das sagt. Ja. Ich seh mir. Wissmaste bekam und ein bisschen Heilung noch. Vielleicht aufpassen. so TASK nehm ich mir gleich mal mit, komm mit TASK na dann mach mal unten weiter, ja Gott mir ist ja das egal ob Mitte oder unten ah danke vielleicht, der auch immer mir grad Heilung gegeben hat, danke jeder, Warlord hat die, Husker hat die, ich auf die jeder hat die Heilung ah nein wirklich na gut, jetzt hab ich wenigstens meine Crystallons nicht mehr let's not dwell on the past, get right back to it also ich hab kein Mana mehr Zero Mana Zero Zero, Zero Mana ok, jetzt sind sie auch alle wieder da ja, ich push jetzt auch oben einfach raus ja, ich komm mit Hallo 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 Kleebring! Ah ne, die gehen alle noch mit, ja. Falsche Taster. Außer Tenning, ja unser Hasko ist jetzt voll-equipped. Braucht nur noch ein bisschen Mana. Nonono, Nonono. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich glaub die kommen gleich zu uns. Ich geh weg. Ja, du hast den täuscht, na. Haut ruf. Ey, du bist der Feigling, ey, das ist unglaublich. Ich thetze kämpf jetzt. Ah, wir haben mich eh geseilnt. Sehr gut. Ich hätte mal auch kämpfen können, ey. Naja, weil ich mir wenigstens meinen Forstauf noch nehmen. Für mich schon wieder verarscht. Wieso? 4, 3, 21. Jetzt wollen die, die zu zweit versuchen aufzukaufen. Das hätten wir auch schaffen können. Nee. Doch, locker. Nee. Doch, würdest du mitmachen müssen. Siehst du? So sieht das aus. Achso. Naja, das Spiel ist vorbei. Ja, bitte schön, bleib schon. Gucken wir jetzt noch kurz zu Ihnen in die Basis und dann... Sie sind ziemlich robust. At last, the enemy's middle tower has fallen. Bombies Master, greif an. Hahaha. Ich glaube ich komme nicht immer mehr bis hoch in der Zeit. Zu zweit sind wir jetzt nur drinnen. Das ist ein bisschen blöd. Ich brauche noch einen. Komm! Wir gehen. Wir gehen, Racer. Wir gehen. Ich kann grad gar nix machen, aber gut. Schön, dass ihr alle abhaut. Warum seid ihr jetzt weg eigentlich? Wir stehen alle hier, ich weiß gar nicht, was du willst. Ihr seid draußen und ich war drinnen und geroutet. Ich bin gerade erst gekommen. Hättest du mir auch helfen können? Ich bin ja nicht immer da gewesen. Bei den anderen Gegner haben wir vorbei gerannt. Ich wär' ich nicht einfach an mir vorbei laufen lassen. Und dass ich Boots of Travel hab. Meine Zeit ist gekommen. Na scheiße, warte mal Nigger. Nigger! Warte mal, Heilung. Ach, danke. Oder so. Ich hab noch zwei Auflautungen, wenn du noch was brauchst. Nein, nein, nein. Ich müsste jetzt irgendwas kaufen. Jascha? Macht jetzt unser Hass, Kamen, ja. Ah ja, Jascha. Groschen, das klingt gut. Klang. Och, ich hab's doch jetzt aber gebraucht. Gleiches kurz halt. Das geschieht. Das geschieht. Das geschieht. Das geschieht, das geschieht. ja, sorry, es liegt an mir, ich bin so schlecht ja, ich weiß ich mach dir ja gar nichts nee, warte, doch mach ich schon eben ja, jetzt fang ich mal an zu spielen, ja, ja, öffnen na gut ja, ist nioh komm mal mit Slug na, schade, jetzt hat er sich geultet, der oh, wir haben es mit den Shuffle-Kirchen am Spiel beendet, war ganz okay ja, ging mal gucken, wie viel Assists ich jetzt ab mehr als ich 24, bam alter 15-0 der SK ja, die Runde war nicht so gut für mich, aber, okay klar, weil es die Gegner haben ja immer nichts Racer hat nur ein Joshua zusammenbekommen der erste Gang war ja ganz geil jo, dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal jo, schnückelchen jo